Herzlich Willkommen in der Quarantäne, beziehungsweise beim Mediale Energetik Podcast. Ich bin jetzt seit einer Woche einkarsaniert, es geht mir gut und es freut mich, dass du dabei bist. Ich nutze dieses Video heute dazu, dass ich dir einfach mal ein paar Tipps gebe, wie ich jetzt so diese Quarantäne verbracht habe, was ich so mache, damit die Zeit schneller vergeht und was ich auch so energetisch bei mir mache, dass ich mich unterstütze, möglichst schnell wieder Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Ja, grundsätzlich ist es ja so, und alle Frauen werden mir da recht geben, es gibt ja natürlich diese bekannte Männergrippe, wo Männer ja wirklich leiden und das Leiden Christi sind und ich nehme mich da gar nicht raus. Also ich bin da auch ganz furchtbar arm und da komme ich gleich zum ersten Punkt. Nämlich, wenn man da so hängt und sagt, ach, da fallen jetzt so viele Termine aus oder dann muss ich diese und jene Sachen verschieben, dann fühlt man sich nicht gut, dann wird man so ganz klein und in sich gekehrt. Also Selbstmitleid ist ja so eine Energie, die geht ja so nach innen und macht ja so zu, ich bin arm und dann macht das so zu. Und bei einer Heilung, so wie es energetisch laufen sollte, da sollte man ja offen sein. Das heißt, ich versuche möglichst natürlich anzuerkennen, dass ich arm bin, bin ich auch, natürlich, aber ich versuche dann auch zu schaffen, dass ich aufmache. Das heißt, ich bitte darum, dass ich in einen Heilungsfluss eintauchen kann und stelle mir das dann auch als Lichtstrahl vor. Du findest hier am Kanal eh unzählige so Heilungsmeditationen, aber ich schaue dann wirklich, dass ich sage, Moment, da bin ich gerade offen, dass Heilung fließen kann und wenn nicht, dann schaue ich, dass ich mich öffne. Öffnen kannst du dir vorstellen, jetzt ist ja Frühling, als Bild einer Blüte, die aufblüht. Das zuerst Geschlossene geht auf. Das wäre so ein Bild, dass man dann eben so Heilungsenergie reinfließen lassen kann. Heilungsenergie ist für mich ja so eine Energie der Balance, des Gleichgewichts, des Ausgleichs und die will unser System grundsätzlich wiederhergestellt haben. Also an sich ist es sehr, ja, es ist leicht, diesen Zustand zu erreichen, weil unser System eigentlich diesen Gleichklang, diese Gleichschwingung herstellen möchte. Und da geht es oft nur darum, dass man sich auch aufmacht und wenn ich das schaffe, spüre ich sofort eine Erleichterung. Also mein erster Tipp wäre einfach, schau, bist du sehr verschlossen, bist du sehr zu und öffne dich möglichst diesen Selbstheilungskräften. Mein Tipp Nummer zwei ist natürlich, und den hat mir jetzt ein lieber Freund auch gesagt, und das möchte ich gleich weitergeben, weil mich das sehr berührt hat. Weil den habe ich dann mal kurz so angesudert und habe gesagt, also mich nervt es natürlich draußen, es ist wunderschön. Und ich sitze da jetzt einkasaniert herum und kann eigentlich nichts tun und mir geht es ja gar nicht so schlecht. Und der hat gesagt, naja, schau, sieh es mal so, nimm jetzt diese Zeit für Ruhe dir raus und mach dir bewusst, die Sonne scheint auch, wenn du wieder raus darfst. Die ist immer noch da. Und dieses Gefühl, also mir hat der Satz sehr gut gefallen, und dieses Gefühl, dieses du versäumst nichts, finde ich ganz wichtig, weil es mir auch hilft, zu entspannen. Gerade in Zuständen, wo es mir nicht so gut geht. Also das wäre so mein zweiter Tipp, dieses entspann dich kommendes Gefühl, du versäumst jetzt nichts, sondern du hast jetzt eine Auszeit, regenerierst und dann ist alles wieder da. Und du hast nichts versäumt oder irgendwelche Chancen verpasst, während du jetzt rekonvaleszent gewesen bist. Naja, und mein dritter Tipp für die Quarantäne ist ein praktischerer Tipp. Ich zeige das jetzt kurz mal her, ich habe es hier hergestellt. Ist jetzt kein Product Placement, ist jetzt nur ein Beispiel. Also ich habe so diesen Saft, dieses, in dem Fall jetzt dieses hohe C, aber da geht es jetzt nicht darum, was das für eine Marke ist. Und da gibt es eben so Immunstärkung-Säfte und also einfach so normale Säfte aus dem Saftregal. Und da stelle ich mir vor, auch energetisch, und das kann man gerne als Placebo-Arbeit nennen, aber ich stelle mir vor, das stärkt mein Immunsystem. Und ich stelle mir da auch vor, gerade wenn ich krank bin und nicht so Appetit habe, welche Farben würden mir denn da schmecken. Weil es gibt ja unzählige Säfte, die man kaufen kann. Und soll das ein sonniges Orangensaft sein, soll das eher was Rotes sein, so wie dieser Saft jetzt ist. Und da tendiere ich dann eher zu Farben hin und trinke dann auch solche Säfte. Und stelle mir auch dazu vor, dass das genau mir diese Nährstoffe braucht, die ich benötige, um möglichst schnell gesund zu werden. Das heißt, ich nehme mir da wirklich so eine Farbpalette an Säften. Das kann man sich ja vorstellen. Was möchtest du? Ananas oder Apfel oder welche Art Farbe würde dir gut tun? Und das trinke ich dann in Saftform. Und ist auch eine Art quasi der kleinen Selbsttherapie, der kleinen Selbstheilung für mich. Wenn du schon fortgeschritten bist, kannst du natürlich da auch Frequenzen aktivieren. Bei diesen Säften einfach mal schauen, dass die Vitamine aktiver werden, dass du dir da mehr rausholen kannst. Ja, wenn du mal einen Kurs bei mir gemacht hast oder energetisch gearbeitet hast, da lernt man ja solche Sachen. Ja, das wär's einmal heute aus der Quarantäne, aus dem Eingesperrtsein. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal wieder, wenn wir uns sehen. Bleib gesund, auch wenn das jetzt für mich, Gott sei Dank, keine Riesensache jetzt war. Aber bleib gesund und hab Spaß und hab Freude und genieße den Frühling. Wir sehen uns nächstes Mal. Dein Oliver Erini. Liebe Grüße aus Linz und alles Gute. Tschüss. Musik 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 Musik